So, Schlafhof. Wir machen jetzt einmal eine Quest. Es ist eigentlich schon die zweite, aber naja, ich habe es ein bisschen verpasst die Aufnahme zu starten, sagen wir es mal so. Und dann starten wir den. Dann würde ich sagen, machen wir das Puzzle, was natürlich nicht geht. Dann gehen wir hier lang. Und hier lang. Müsste ich doch schon den ersten haben. Richtig, richtig. Okay, der ist da. Der Gegner interessiert uns nicht. Und da sind wir gekommen. Wir müssen wieder den Brunnen nehmen. Wo ist der Brunnen? Da ist der Brunnen. Dann gehen wir mal nach hier. Was haben wir hier? Haben wir das irgendwo? Da vorne. Okay. Aktivieren wir den. Und dann aktivieren wir den natürlich. Okay. Dann geht es weiter. Dann geht es weiter zu dem. Oder? Nee, das macht keinen Sinn zu dem zu laufen. Aber das macht Sinn, wenn wir hier hingehen, nach links laufen. Das müsste Sinn ergeben, sondern wir beide. Okay. Das wäre das. Dann geht es wieder zurück zum Puzzle. Dann hätten wir es auch schon geschafft, sowieso. Der ist da. Der ist hier. Der ist hier. Okay. Wir bekommen die nächste Tour. Ja, schön schön. Das wäre anders gewesen. Und dann geht es direkt gleich in die nächste Quest. Aber für das erste war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.